so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die top neuheit bei lidl dieses jahr 2016 17 die painted sky wunderschön design wie ich finde ist ja die umgelabelte scarabeos von veco schon ein recht dickes kaliber das teil und das ist auch echt wie gedacht schon echt lang so war meine hand das hört sich echt nice an das gute stück heraus und gucken uns das mal noch genauer an wie das da aussieht gekauft wie gesagt bei lidl ok kommt also ich wollte ja nur freundlich sein so so sieht es ja aus ein bisschen feucht das interessiert mich ja nicht hauptsache es geht und ich sehe jetzt erst dass die 432 gramm nemm hat what the fuck also da haben sie die bei das garabeos hier quasi voll ausgelastet fast ja ja soll ich sagen leute in diesem sinne sehen wir uns gleich zur zündung mal gucken ob das ding rein scheppert bis gleich die serie galigator scheiße aber dafür machen wir jetzt hier die painted sky leute viel spaß ich freue mich auf das ding wie auf irgendwie alles logisch wenn man anderen brenner hier meinen vertrauten alten guten süßen gut 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 oder Wunder, wunderschönes Teil, hat sich auf jeden Fall gelohnt.